Mike Ritpitsch ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Jugend Ritpitsch begann 1981 als gebürtiger Eberswalder bei der BSG Stalfino mit dem Fußballspielen. 1987 wechselte er an die Sportschule nach Frankfurt-Oder und spielte für den FC vorwärts Frankfurt-Oder im Nachwuchsbereich. Profikarriere Ersten Erfahrung im Männerbereich sammelte er in der Saison 1993-94 beim 1. FC Union Berlin 1994 wechselte er zu Bayer 04 Leverkusen, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. Seine nächsten Stationen waren Fortuna Düsseldorf, der SC Freiburg, der VfL Bochum und Rot-Weiß Oberhausen. Ab der Saison 2005-2006 spielte er beim MSV Duisburg. Sein Vertrag lief dort bis 2007. In der Winterpause der Saison 2005-2006 ging er auf Leihbasis zu Holstein Kiel. Zur nächsten Saison wechselte er zum Wuppertaler SV Borussia, wo er eine Führungsrolle hatte. Sein Vertrag dort endete nach der Saison 2008-2009, da er nicht verlängert wurde. Seit der Winterpause 2009-2010 spielt Mike Ritpitsch beim Bonner SC 0104 in der Regionalliga West. Zur Saison 2010-2011 übernahm Ritpitsch den Posten des Sportdirektors des insolventen Bonner SC. Anfang November 2010 verließ er den Verein jedoch bereits wieder. Im März 2011 schloss er sich dem Niederrheinligisten Ratingen 04, 19 bis Saisonende an.